Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play Age of Mythology. Und wir wollen direkt mal wieder starten. Laden. Ah, Odysseus, einer der Helden von Atlantis, entsandt, um in meiner Armee zu kämpfen. Arcanthus, ihr kennt sicher den berühmten Odysseus. Ich hörte von ihm. Euer Ruf eilt euch voraus. So wie der Eurige. Seid ihr bereit für den Angriff? Euer Rat wäre uns bei der Planung sehr hilfreich. Als Befehlshaber habe ich mich um die Pläne bereits gekümmert, Odysseus. Ihr und Arcanthus beginnt mit euren Armeen die Belagerung der Tore. Das ist ein guter Anfang. Was geschieht mit den restlichen Armeen? Ajax und ich halten unsere Männer in Reserve. Sobald ihr durchgebrochen seid, stürmen Ajax-Männer herein, um die trojanische Verteidigung zu brechen. Danach komme ich und rette Helena. Herr, es gibt in der Nähe hier kein Gold. Wir müssen eine von Trojasmin finden und erobern. Machen wir, war ja klasse der Helene. Mάλιστα. Prostegma. Läge. Ritomos. Dorfzentrum haben wir. Nichts zu letztes mal. Ätimos. Ohrthos. Prostegma. Pannium. Läge. Läge esto. Prostegma. Set. Mάλιστα. Mάλιστα. Prostegma. Ätimos. Mάλιστα. Mal vorschicken. Prostegma. Ohrthos. Ohrthos. Prostegma. Mάλιστα. Läge. Orthos. Pannium. 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 Vulome. Pannium. Kirsten. Ohrthos. Vulome. Pannium. Darmergolz. Prostegma. Mάλιστα. Isvoli. Läge. Mάλιστα. Ästu. Läge. Perfecc. Ätimos. So. Läge. Prostegma. Metaillevust. Kalt abrord. Läge. Kallos. Ätimos. Vulome. Ach. Das ist das. Ist ja sehr klein. Einfach nur so ein Tor. Perfekt, nein, 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 nicht da zurück, laufen, dreck mal hier eine Wage ausbauen, hier macht er schön weiter, Perfekt, ah, Nahrung kann ich auch hier durch Fischkotar, gut, solltet ihr ein paar Arbeiter ausbilden, haben wir immer gebrauchen, so, solltet ihr hier nicht brauchen, ey, was solltet denn nicht mich hier beobachten, ich glaube jetzt hackt es aber, ich lasse mal im Hintergrund, die ziehe ich ein bisschen zurück, nehm ich direkt mal ein und bastel mir hier eine Begrenzung, nehm, malista, vor die nächsten Gegner wiederkommen, ich mag nicht so unverhofften, dass das immer die Arbeiter, nehm, immer da beten, du, du geh auch mal da beten, und du, du machst ein Feld, lege, du übrigens auch, ein Feld, lege, ist meine Hume, komm es noch so vor, das ist ein sehr Laut hier, ne komm mal so an, Dine, O, Faden, Dine, So, da Ausbilden, und zwar ist es denn immer wieder, Und das und das. Das braucht auch Gold, okay. Ah ja, Fischgütter. Vorher ich den vergesse. Da hin, da hin. Ach da unten hab ich sogar noch welche. Da hin, da hin. Machst du noch einen? Ja, zwei Kriegsschiffe. Gut. Da macht die Magna rum. Proseche. Me ta leves. Läge. Pfani. Ättymos. Orthos. Hättymos. Orthos. Oh, stießen wir. Da mal hin. Na, die arbeiten. Träger wehten schön an. Scheiße. Da hin. Wullome. Ne, äh ne. Orthos. Orthos. Ich glaub nicht, dass ich hier noch zu Orthos komme. Orthos. Ne, rück weg, rück weg. Pani. Da mal lang. Orthos. Pani. Läge. Vullome. Pani. Vullome. So, geh da hoch. Pani. Vullome. Ah, reichen ja gleich schon die Nachbarn. Vullome. Orthos. Kann ich mehr lang. Ach, Gold gefunden. Pani. 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 Kallos. Läge. Orthos. Vullome. Pani. Zurück, zurück. Ätimos. Vullome. Vullome. Malesta. Kallos. Oh, 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 oh. Ätimos. Is machin. Da werde ich angegriffen. Da werde ich angegriffen. Zurück. Zurück. Oh. Prostak magisch Wolli. Kann man auch bestimmt hier auch noch gebrauchen. Die Gold. Velle da. Mach ich hier. Ah. Orthos. Intressant. Ähm. Arbeiter. Am besten so zwei. Ja. Zwei satteln reichen. Ätimos. Vullome. Prostak magisch Wollome. Ätimos. Lager brauche ich. Malesta. Lager den. Ach, ich bring das Haus noch was. Ach, nein. Guck, der mich mal wieder angreifen will. Prostak magisch Wollome. Vullome. Das geht ja gut voran. Ah ja. Da ist er. Ja, das finde ich ja schön. Lege Meister. Lege Vullome. Etimos. Orthos. Und baut mir jetzt hier eine Mauer hin. Lege Vullome. Orthos. Damit er wieder keine Gegner durchlaufen können. Die gehen nämlich langsam auf den Sack. Kein Gold. Kein Gold ist schlecht. Haus ist fertig. Kann ich hier bestimmt noch ein bisschen Nahrung. Hier noch ein bisschen ausbilden. Damit es wieder schneller geht. Beziehungsweise besser und erträglicher und so. So. Gut. Ja. Gibt es was zu haben? Mein Server kommt langsam auf voran. Mein Minecraft Server. Ich habe da jetzt schon ein paar Plugins am laufen. Also der Server läuft auch so weit zu stabil. Hier und ich bin am Aufbauen der Karte. Also Bauplätze, Dörfer, Städte und so. Dürfte dann bald auch weiter fertig werden oder so. Und wollte dann so Anfang März oder so den starten. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Was machst du denn schon wieder hier? Ja. Letto da. Mann, Mann, Mann. Wo ist jetzt der? Lege. Da. Metallisch. Lege. Orsos. Mann. Mann. Wohl. Mann. questo. Angriff. Ich mach diesen einen Vollidioten ab. Er ist so. Eine Handelskarawane. Sie versorgt Troja mit Gold. Das können wir unterbinden. Kalos. Zerstört erst mal das da. Dann mach ich direkt einfach mal ein Widerfrau. Dann kommen die mich nicht mehr wirklich da durch. Das wäre praktisch, nicht? Ätimos. Pohro. Ätimos. Ich zerstörte den Beeren mal. Komm ich da auch besser durch. Was? Einfach das. Schwasser. Er kommt da durchlaufen. Zurück. Mal ist er. Ich denke, macht sich auch immer selbstständig, oder? Ich denke, es geht hier hin. Pani. Ausbilden. Oh, 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 oh. Eigentlich schlecht, aber, naja, vielleicht gewinne ich ja. Oh, das wird doch mal... Komm schon, das Ding kriegt ihr doch klein. Braucht doch keine Verstärkung für, oder? Ja, ist ja gut mit der Warnung. Komm, macht mal schneller. Ihr steht ja alle da in Baugübungen. Könnt ihr euch hier einfach reinstellen, kann aber gar nicht bauen. Nee, 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 manchmal seid ihr echt blöde. Perfekt, jetzt ist das Schrott. Zerstören. Da, mach ich mal ein Tor hin. Ja. Wie ist der denn gestorben? Ach halt, durch diesen, den Zauber da. Blöde, Mann, was bringst du denn einfach um, ey, meine Soldaten hier? Ich glaube, es hackt. Oh, was kommt denn da? Lege Porthos. Ich brauche mal ein Armeiter. Malista. Lege Orthos, Orthos. Poro, Poro. Ich mache die Rede jetzt gleich. Vulo, me. Oh, 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 ein Turm. Proseche. Ein Turm. Der ist leicht. Vulo, me. Hier mache ich mal ein Turm hin. Und die sollte ich mal weiterentwickeln. So, zum Beispiel. Oh, ey, schicke ich auch da hin. Vulo, me. Perfekt, so wollte ich das. Lege Vulo, me. Und der hier noch. Von da bis da eine Mauer ziehen. Noch und so. Voro. Hättimos. Komm, ihr rett auch noch da hin. Voro. Und mal auch noch zum Ding. Blö, blö, blö. Genau. Ah. Eingrösten. Zurück, zurück. Naja, das greift später an. Panik, Alost. Was? Meine guten Fischerboote werden angegriffen. Lege. Zurück angreifen. Da, los. Angriff.